Mein Name ist Dirk Solte, ich bin stellvertretender Vorstand am Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung Neu in Ulm und zugleich auch Chefökonom des Bundesverbands für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft. Die Weltfinanzkrise gibt eine einmalige Chance. Diese Chance würde darin bestehen, die mehreren Probleme, die wir heute haben, das heißt die Unterminierung der Sozialstandards, die Unterminierung der Umweltstandards, die Überbeanspruchung der Ressourcen zusammenzulösen. Um zu erläutern, wie ein künftiges Weltfinanzsystem helfen kann, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, muss Dirk Solte etwas ausholen. Das Hauptproblem, das die Finanzkrise ausgelöst hat, sind aus seiner Sicht die vielen Schulden. Die Welt ist zu einer Schuldenwelt geworden. Normalerweise sollte man meinen, wenn jemand Schulden macht, muss er sich das Geld von jemandem leihen, der Geld gespart hat, sodass sich Schulden und Gespartes die Waage halten. Doch dieses Verhältnis ist längst aus dem Gleichgewicht geraten. Die Summe der jährlichen weltweiten Kredite ist siebenmal so hoch wie das gesparte Geld. Aber damit nicht genug, in dieser Welt der Schulden sind Schuldverschreibungen längst zu einer Währung für sich geworden. Ein einfaches Beispiel ist, dass Firmenübernahmen heute nicht mehr mit Geld bezahlt werden, sondern dass man Firmenübernahmen beispielsweise mit Aktien bezahlt und Aktien sind nichts anderes als Schuldverschreibungen, bei denen man sich verpflichtet, niemals den Geldwert der Schuldverschreibung zurückzuzahlen. Was ist heutzutage ein Kredit? Ein Kredit ist vielfach nur noch ein gegenseitiger Austausch von Schuldscheinen. Der Kreditnehmer bekommt von der Bank ein starkes Geldversprechen und gibt ihr im Gegenzug ein etwas schwächeres Geldversprechen. So ist es auch bei Staatsschulden. Wenn der Staat Schulden macht, leiht sich die Regierung den Schuldschein einer Bank und gibt der Bank dafür eine Staatsschuldverschreibung. So entsteht gleich zweimal Geld aus dem Nichts. Auf die gleiche Weise können sich Kreditinstitute mit Geld versorgen, indem sie die Schuldscheine ihrer Gläubiger wiederum an dritte, noch mächtigere Institutionen verpfänden. Die Regierungen haben dieses System zugelassen, denn sonst hätten sie ja für die Schulden, die sie selbst machen, nicht so günstige Zinsen bekommen. So hat sich die Blase immer weiter aufgeblasen, mit dem Ergebnis, dass am Ende auf 2 Euro Bargeld oder Zentralbankengeld rund 100 Euro Schuldverschreibungen kommen. Als die Finanzkrise ausbrach, lag das Verhältnis sogar bei 2 zu 107. Dirk Solte hat für diese Situation ein anschauliches Bild gewählt, die Reise nach Jerusalem. Ein Faktor 2 zu 107 bedeutet, dass in diesem Kinderspiel, das eben jetzt die Erwachsenen im Weltfinanzmarkt spielen, nicht nur ein Kind mehr um Stühle rumläuft, sondern dass stattdessen 100 Kinder und 7 Gorillas um gerade einmal 2 Stühle bei schöner Musik laufen. Und solange die bei Musik immer um die 2 Stühle laufen, ist alles noch ganz lustig und alle freuen sich. Die beiden Stühle entsprechen somit dem realen Geld, während die über 100 Mitspieler Schuldscheine besitzen, auf denen draufsteht, dass sie alle Anspruch auf das Geld haben. Die 7 Gorillas in diesem Bild wiederum entsprechen den riesigen Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern wie BNY Mellon, Northern Trust, State Street Global, The Vanguard Group, Namen, die man in Finanzkreisen kennt, von denen aber die allermeisten Menschen noch nie etwas gehört haben. Die verwalten mindestens ein Fünftel des gesamten Finanzvermögens dieses Globus. Das ist so viel, dass wenn diese Vermögensverwalter entscheiden, auch nur 10% davon in Kassenhaltung zu wollen und entsprechend veranlassen, dass solche verbrieften Schuldverschreibungen auszuzahlen sind und nicht verlängert werden. Wo man Zentralbankengeld haben will, das man bei einer Bank parkt, dann ist die gesamte Liquidität aus dem Markt. Auch dieses riesige Vermögen bestand zu einem wesentlichen Teil aus Schuldverschreibungen. Und was haben die Gorillas beim Kampf um die Stühle gemacht? Sie sind mitgelaufen und haben die Tatsache genutzt, dass sie nun mal die längeren Arme haben. Indem sie, bevor die Musik aufhört zu spielen, sich die Stühle schon aus dem Spiel herausnehmen. Und das ist das, was sie erleben, dass große Konzerne, und zwar die größten davon, das sind institutionelle Anleger, frühzeitig ein Teil der von ihnen verwalteten Schuldverschreibungen nicht mehr verlängert hat. Das heißt, von den Schuldnern haben die verlangt, dass das Geld zurückgezahlt wird, und zwar in Form von Zentralbankengeld zurückgezahlt wird. Soweit die erste Runde, aber damit hört das Spiel noch nicht auf. Denn jetzt müssen die Verlierer, ähnlich wie in einem Kinderspiel, ein Pfand abgeben. In diesem Fall ist das Pfand sehr teuer. Da stehen jede Menge Unternehmen und Banken da, die auf das Geld, mit dem sie immer kalkuliert haben, nicht mehr zugreifen können. Gleichzeitig haben sie Schulden, und ihre Gläubiger wollen nun Geld sehen. Diese kleinen Banken und Unternehmen müssen nun Teile ihrer realen Werte, also ihrer Immobilien, Produktionsanlagen ihres Eigenkapitals verkaufen, und zwar zu Schleuderpreisen, weil sie eben keine andere Wahl haben. Irgendwann, wenn die Krise überwunden ist, wird der Wert dieser Vermögen wieder steigen. Nur befinden sie sich dann eben bei den Gorillas.